Ja, bei bastelposten.de bekommt ihr auch Dekorationsgegenstände, wie zum Beispiel hier diese Herzen aus gerauchtem Holz. Das heißt, geraucht ist dann der Rand etwas dunkler. Diese Herzen gibt es zum Beispiel auch in verschiedenen Größen, dementsprechend natürlich packend Inhalte eingepackt, ideal als Tischdeko oder zum Verzieren von irgendwelchen Einladungskarten oder einfach als Streudeko für den Tisch. Passend natürlich zum Muttertag, zu diversen Anlässen wie Geburtstagen und ja, lauter solche Dekorgegenstände, zum Beispiel auch Sterne für Weihnachten, findet ihr im Onlineshop www.bastelposten.de. Lasst euch von der Auswahl begeistern, schaut vorbei und holt euch den Willkommensgutschein für Neukunden.